hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge wrestling survivors so wir waren vorhin am flugzeug oder was hat in der letzten folge und ja wir haben wir den käfig hier gefunden für unseren hundi dann kann ich jetzt hier einsetzen und jetzt halt mein hund auch ich habe jetzt ich habe jetzt die survival skills sag ich mal jetzt sollte ich sammeln sachen sammeln mit meinen freunden und oder tieren wie auch immer zusammen mein heim beschützen und ich sollte die westlands erkunden in box so hier für die chance da ist die in box ja claim claim dann ist so rucksack das haben wir ein bogen ne kippen wir auch zwei fällen wir von jetzt wie laut geht muss gleich mal gucken ob das mit dem reload auch anders geht ich habe durst und ich habe hunger da ist das durst und hungersymbol ok wenn wir mal was essen ok hunger ist jetzt bei 55 erreicht das bei einmal oder besser noch einmal also mit dem hunger ist so eine sache tap to claim the reward ah da claim please find your reward in box ok back close in box was das auch immer ist claim man kann auch claim all machen ja hier haben wir jetzt die bandagen hier ist der bogen nein keiner nachladen ich weiß dass du durstig besser was soll ich jetzt machen ich habe noch kein wasser oder hier ist nichts drin ah da ist Hundefutter übrigens ah da ist Hundefutter übrigens hab ich hier was gefunden ne ne mach mal das hier rein Sprit Muni ja ich will das vielleicht auch da rein ach so das hier sind keine felder nur die hier klar ich meine die braucht sich da bis dahin bestimmt auch für irgendwas ne äh das Hundefutter wir haben mal hin hier an dem fressnapf hab ich gerade gesehen mal sehen mal sehen da war das Hundefutter eben schon ne wie denn jetzt da feed your bed has reached its maxxp so aber momentan brauche ich ihn nicht füttern kann ich noch etwas machen ja mädrig ist kommission ab da kann man den Hund mit rufen und das ist ein level rename äh den nennen wir jetzt da ich Herr Felschek heiße nennen wir ihn gut jack ja äh sehr innovativer name ich weiß so hat der Hund auch jetzt sollen wir hier mal einen Ender so ja ich nehme langsam schaden habe ich das gefühl weil ich habe nichts zu trinken ja wie laut hier so waffe ist nachgeladen oh 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 soll ich da hochhallen ich werde jetzt kontinuierlich schaden nehmen weil ich kein wasser habe mit mädrig ist Mäschchen haben wir es steht doch kill to die einen habe ich doch habe ich doch jetzt eingekillt Falsche Taste Na, ja jetzt hat er auf die Leite geschossen Was, Wego? Ach da, da sind Maten Ihhh Seid hier ekelig, da sind voll die Maten rausgekommen So ein Karnickel Was ist denn hier? Schon wieder Hunger Ich weiß nicht, wo ich trinken soll Das ist mir echt Was ist das denn? Ach hier Hier, es gibt noch Skills auch noch Ja, aber hallo Aber hallo, mein Freund der Sonne Ja, da kann ich auf ein Messer gehen Melee, Equipment und Range Wir machen erstmal Gehen da mal drauf So, ich muss erst alle drei reinsetzen oder was Was ist das denn? Wenn wir using Harpoon habe ich noch gar nicht Baseball Bad Damage Werden Amberschen getargett mit Medi-Weapon Damage Decreased bei 100% Also wenn er von hinten angreift Ich werde erstmal Hier alles rein pumpen Was stand da? You've worked and need to reach Level, bla bla Ich bin tot Ohpala Ah, dafür braucht man auch Geld Ich habe 37 Minuten überlebt Oh, habe ich also Steiner Oder wie auch immer 5 Holz 5 Und 37 Zombies gekillt Ach, für Review Now braucht man 10 Okay, naja, wie gesagt Ich teste noch hier rum Aber zumindest der Durst jetzt Kann jetzt auch leveln eigentlich Unlocked Level 6 Okay, der Hund muss Level 6 sein Um ihn skillen zu können Explore the Novi's Hunting Ground Wäre ich eigentlich eine Map? Eine M? N, M, B Nein, es gibt hier nichts Was ist hier? Da hier gerade zum Blinken Weekly Ranking Ranking Reward Highest Ranking Also wenn du auch ein hohes Ranking hast Kannst du hier auch Ähm Kannst du hier auch Kohle abkassieren Natürlich ist der nice Jetzt zum schnellen Respawn Oder so wie vorhin Dass ich jetzt 5 Münzen gekriegt So schnell der Respawn hat ja Der gesehen hat ja Ähm Hat ja 10 Münzen gekostet Aber warte mal Hier braucht man bestimmt auch hier was Holz hatte ich ja schon Ah, hier dachte ich vielleicht die Federn Aber hier das können wir reinmachen So, jetzt wollen wir noch Seile Was ist das auch immer Das könnten Barren sein, oder? Mit Eisenbarren, Holzplatten Und was ist das hier? Steht da auch nicht, ne? Must be Level 12 To Anlag Ach so, da muss erstmal Level 12 sein Aber Ja gut, man kann es ja trotzdem schon reinpacken Ne? Das ist ja nicht Nicht das Problem Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist Kann ich jemals machen? Ne, ne? Das sind nur die Teile, die du finden musst Mein Garten Hat auch noch 15 Minuten Muss auch, bevor ich hier rausgehe Wieder muss ich auch erstmal ein bisschen Blut wegbringen Also hier habe ich auch noch diese Dinger Stoff Essen Aber das lassen wir Ich glaube, das muss in der Tasche sein Wenn man das essen will, oder so Oh, match, match Was? Moabox ist das so? Oh, was man alles braucht So eine Buchs Nägel Ich schätze mal, dass das Eisenbarren sind Das sind Steinbarren Oder was? Äh, Steinbarren Ja, Falljack Keine Ahnung, wie das funktioniert Okay, das ist echt teuer Und dann Mats Brauch Und dann Futter pangen wir weg Was ist das so immer? Ist keine Ahnung Okay Weiß auch nicht, was man noch groß machen kann Was kann man denn hier nochmal Ja, hier, das war nur Für die Waffen, ne Wie laut Ja Muni habe ich zur Zeit nicht Das ist 8 diese Musikbox Da brauche ich auch 2 von denen Hab ich noch, aber Das andere habe ich nicht Da muss das noch lupen gehen Und das ist noch ein Buschbären Ein Bärenbusch Jetzt habe ich schon wieder holz ein Mein Gott Ja, dann lass uns mal auf die Map gehen Nochmal Schauen wir doch mal Was auf der Map so los ist Ja, jetzt kommen sie schon mit angeboten hier Natürlich gleich fette Akka und so Ich denke mal Äh, ne, lass mal Will ich nicht haben 6 Minuten bis dahin Was ist denn der Hunt Die Hunting Ground Coach, ist das ein anderer Spieler? Ah, hier, das hier, ne Ja, Novi's Hunting Genau Da wollen wir jetzt hin Eins von drei Ich denke mal, das ist das hier Und das regeneriert erst ganz langsam Also wenn man irgendwann Die ganzen Runs verbraucht hat Dann muss man halt kaufen, denke ich mal Oder Man muss halt ein bisschen warten Ketchup East can be keeped in a beast cage at home for rearing Was auch immer meint jetzt Ich meine Deckung Nehmen wir den Boden hier Kann man hier nicht mal ein bisschen rauszoomen Kann ich nicht Ah, bleib hier Shit Was ist denn gelaufen? Oh, wo ist er hin? Aua, 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 aua Mann, ich wollte keine Wölfe Können wir was machen? Nein Was wollen? Jetzt haben wir'n aber Äh Wohl, was hier bekommen Oh Aua Ein Wildschwein Hilfe Oh Jetzt geht der Bogen doch Mensch, hätte ich ja die Muni sparen können Wie die Waffe Okay, umso länger man den hier drückt hält Umso mehr Schaden macht er natürlich Na, Pfeile kriegt man nicht wieder Hier ist auch Äh, können wir auch Reward bekommen Bekomme ich die auch? Ne, leider nicht Muss ich auch noch ein bisschen was für machen Er kommt zurück immer, oder? Wie lange kann er den enthalten? Ach, ich hab ihn getroffen Ja, raussuchen wäre ne schöne Sache Ah, hier seht ihr das auch Das sind die Tiere Das sind Wölfe, glaube ich Weil die kleiner sind Und auch zu dritter Hocken Und das scheint noch ein Wollen wir mal cachen hier Tag, Appen Okay, funktioniert Die Entfernung ist natürlich ein bisschen mies Man muss halt ein bisschen gucken Verwerden unterwegs essen Da ist noch einer Das ist der, den ich vorhin hatte Dass ich den Ja gut, ich werde dann erstmal wieder nach Hause gehen Oder wo gehen wir woanders hin Mal Hm Wie viel loot habe ich denn Ich hab noch ein bisschen Platz im Inventar Ich werde mal hier hingehen Das ist ein Airdrop Oh, oh, oh Oh, 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 oh Leute, das ist ein Airdrop Aber ich wills testen Ich will unbedingt wissen, was hier abgeht Und dann mit dem Bogen Pass auf, jetzt kommen die ganzen anderen Jetzt kommen die ganzen anderen Spieler hier Oh, 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 oh What the hell Boah Alter Ah, der hat Seile Das ist ja nice Da habe ich in der Fall auch Zeug Hier stehen echt ein paar ganz harte rum Wo ist denn der Airdrop hier? Oben Oh, da stehen noch zwei Mal aber ran Okay Take all Und schnell wieder weg Oh, oh Okay, nice Haben wir den Airdrop auch abkassiert Na gut Jetzt wird man wahrscheinlich noch keinen anderen Spieler finden Weil ich nehme ziemlich früh auf Äh, heute Und Ja Ich denke mal, das kennt noch nicht jeder das Spiel Siehst du, ich habe nur noch eins von eins Oder ich muss äh, gehen 18 Minuten Na gut, wir rennen jetzt nochmal Dann müssen wir erstmal wohl in der Base verweilen eine Weile Bis ich dann hier weitermachen kann Dann hoffe ich, dass ich bis morgen wieder ein bisschen wohin rennen kann Dass wir dann noch eine Folge machen können Sehr schön Hat den gleich mit eingesagt? Ne Ah, ist aber schon geil mit dem Bogen Das gefällt mir schon Das ist echt nice gemacht Habe ich Holz mit? Ja Bräuchchen machen ja Und upgrade Da brauchen wir ein Steil Da braucht ich ja Eisen für Da braucht ich ja Eisen für Jetzt mal kurz eine Kiste Machen wir noch ein bisschen Fleisch Dann fangen wir die Wurme erst hier rein Naja Ist ja gut Äh, Holz wollen wir haben Kann man das eigentlich irgendwie, ne Wollte ich das gerne zerkleinern oder sowas Aber scheinbar geht das nicht Warte mal, das haben wir noch eine Eindrücke Ist das schon, ne Können wir hier mit hin machen Hier haben wir noch Trelle Haben wir Stoff Die Seile, die brauchen wir auch für irgendwas Na, ich frage es erstmal mal rein Ein bisschen pflanzen Was ist das denn hier eigentlich? Besteht auch nichts vor, was das ist, ne? Noch mal Oder kann ich jetzt auch an ihn ran? Wie ging das denn nochmal? Man habe ich das ja vergessen Wie man ihn füttert Blend to bumpkins Habe ich das schon hier 5 simple walls Stimmt Ich kann ja auch noch bauen hier, ne? War noch gar nicht groß gemacht hier Ähm Oh, wieso lässt sich das hin So ätzend hochscrollen Und das nicht irgendwie Äh, hier Ähm, jetzt Äh Mit WSD geht auch nicht Okay, warte mal Equipment Oh, da sieht man schon, was man das machen kann Das ist ja geil hier Der ist ja geil Äh, den will ich haben Okay, Bench Ah, die Box Schauer Woodworkbench Bonfire 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 View collector Der Stoff Ah, da brauchst du auch Eisen für Wo krieg ich den Eisen weg? Schauer Wie kann ich herstellen? Eine Box kann ich herstellen Weapons, was kann ich hier noch einstellen? Torch Also eine Fackel Baseball Bad Ah, da brauch ich Kleber Und Holz Ja Und die Wände Und sowas Muss doch eigentlich hier gehen, oder? Also das Runterscrollen mit dem Maushalt Ist bei mir ein Krampf Ist bei mir echt ein Krampf Und ich hab ne Logitech G502 Ist sonst schon ein bisschen älteres Modell Aber trotzdem Also Normalerweise Ja Ja Ich hab hier hier Bamkins Also Ja, man schlosser Feuer Das ist mein Aber das brennt ja nicht an Das Fleisch, ne? Geht noch nicht Der ist noch am Wurzeln hier Wo hatte ich denn Warte mal Ich hatte doch irgendwo noch was drinne hier, ne? Da Ja, genau Hier Da hab ich das hingeschmissen Dann werd ich das hier auch mit reinmachen Das lass ich mal Das werd ich auch hier reinmachen Das war erst mal das so Äh, hier So Hier geh mal ein bisschen mehr Feuer Ich kann ja gleich ein neues Holz hacken gehen So Leute Ähm, wartet mal Jetzt muss ich doch mal gucken Wie hat der das gemacht? Wie hat der das gemacht? Das sind die Skills Wo crafte ich denn? Wende Kann mir das nur hier vorstellen? Ich hab noch ein zweiter Ach Noch so ein zweites Durchlaufendes Mausrad Das kann man eingeschaltet Boah, guck mal was man da noch machen kann Zombie-Cache Ein Zombie-Käfig Ein gepanzerten Truck Ein Roboter Ein Mortar Ein Mörser Apache Helikopter Ehrhalter Ich fass ja nicht Laserfans Power Armor Möch ja nicht wissen Wie lange das dauert Um da ran zu kommen Aber ich finde Keiner Oder muss man dafür hier drinstehen? Naja Bin ich jetzt ganz bescheuert Oder was? Ist denn das? Wo baue ich denn Wende? Und womit? Oder muss ich die es haben? Die muss ich es haben Kann das sein? 15 Holz Machen wir es mal Oder ist das die? Nene Das ist ein anderer Ich muss mal erstmal Einen Holz sammeln gehen Bäume Wo seid ihr alle? Meine kleinen Bäumchen Ah da 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 Ich habe Eisen gefunden Okay Das spawnt also auch bei dir In der Heimphase Sag ich mal Loll Ich habe noch keine Nicke Das habe ich erschossen Hinter dem Busch Ja Liebe Leute Ein Level Up Stone Oh Ich habe schon wieder Hunger Ja Ich würde sagen Das war es erstmal für heute wieder Ich würde sagen Wir sehen uns morgen In einer weiteren Folge Was werden wir wohl bauen? Natürlich Eine Workbench Und Ja Schön dass ihr wieder mit dabei wart Lasst mir einen Daumen da Abo Ist äh Super Würde mich sehr drüber freuen Und äh Ja Dann schauen wir mal Was wir als nächstes machen Was uns alles hier erwartet Sagt euer Felgek Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020